Was geht YouTube und herzlich willkommen hier zu der Serie Die Drei Legenden und falls ihr euch fragt, was hast du gesagt, die legendären 3? Ja, die legendären 3. Ja, also auf jeden Fall krasse Halo-Spieler hier am Start und zwar sind ja, ihr habt es schon gehört, der Gandalf ist dabei. Ja, normal. Und der M.P.O. Aka der Boss. Genau, und wir sind die besten Halo-Spieler, das müsst ihr einfach sehen. Das ist auch gar nicht ironisch gemeint, das ist ernst geworden, ihr seht das auch gleich. Ich spiele ja schon seit Jahren, ich habe MLG-Erfahrung und so. Ich bin gerade die Rassisten. Okay, ich müsste halt nochmal wissen, wie man sprintet. Ja, ich habe es doch gerade auch gefehlt. Warte, 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 warte. Ne, hole ich den. Ne, M.P.O., M.P.O., ja, ich habe dich ja mal assistet, mein Freund. Ja, ich habe sogar auch noch mit assistet. Also wir haben einfach neulich mal gemerkt, als wir so Just for Fun Halo Reach gespielt haben, das ist nämlich auch das Spiel, was heute angesagt ist, dass wir so übel gut sind in Halo, gerade ich. Sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir gedacht, das muss man eigentlich mal nutzen, um das einfach mal den Leuten auch mal mitteilen. Dig, ich habe heute nicht mal COD gespielt, mein Elm ist gerade so scheiße, Alter. Das kann man nicht. Oh, ne, da holt er ihn hier und holt sich. Nein. Du schla... Oh, er gibt mir die... Wie gibt man nochmal hier die Faust, Mann, mit R1, äh, mit R1, auf deine Steuerung, sah das an. Ja, okay, so. Okay. Nein, nein, nein! Oh, nein! Oh, ich wollte die ganzen Schädel wegbringen. Oh, die Schädel... Ich will nicht pushen, ja, aber fünf Schädel oder so. Ja, Digga, die ich dich ja hingelegt habe. Digga, ich kann dich rennen. Ich springe nochmal. Ach ja, so, LB. Oh! Ich habe auch meine Dachswehren. Ich habe jetzt schon den Schädel abliefert, meine Freunde. Ich liefe auch ab, ich liefe auch ab, ich liefe auch ab. Jawohl, habe abgeliefert, habe abgeliefert, zwei Schädel. Digga, so ein Pimmel, Alter, er hat mich mit dem Schwert gekillt, hat dann so Nein gemacht, quasi. Weiß ja, er hat so den Kopf geschüttelt. Weil ich ihn fast gekillt hätte. Also was heißt, er fast gekillt, ich war eigentlich übel schlecht, aber ich wusste es ja irgendwie gut lassen. Junge, wie ich gerade abgehe, Alter! Was ist denn los mit mir? Okay, tot. Ich spiele gerade wie ein toter Toast, Alter. Was? Ich bin schon der krasseste Halo-Spieler hier in der Konfi. Ja, das würde ich eher bezweifeln. Digga, bei meinen Händen ist schon wieder Antarktis angesagt. Was? Wie wird denn... Nein! Tina ist gay und fett oder so heißt der. Nee, gar nicht. Trixie Gina Faye heißt der, okay. Komm her, du Noob, Alter. Okay, jetzt Gina ist fett und gay. Zwei Schädel. Oh, der Boss! Mann, ich verliere ganz weit meine Schädel, Mann. Noch ein Schädel, Alter. Jetzt geht's los, Mann. Ihr seid solche Schädel-Nutten, Alter. Ja, Alter, ich will das einfach nur gewinnen. Mir ist scheißegal, wie viel ich hier rausgehe. Mann, ich stehe eh 0 zu 100 oder so. Aber ich bin grad richtig krass am Aimen und am Mu... Was? Wie viel wir da geschluckt haben, Alter. Jungs, ihr könnt echt glücklich sein, dass ihr mich im Team habt. Digga, ich hab, glaub ich, noch keinen einzigen Kill, ne? Oh mein Gott, der macht hier. Der macht Welle wie Tsunami. Ja. Ey, dieses Faustgeben ist so heftig, Mann. Das ist echt krank overpowered. Aber wir sind schon... Was? Deine Mutter. Ja, wir sind schon ein führender Posi hier. Ja, ja, sowieso. Das liegt auch daran, dass wir mit guten Spielern wie mir... Ich hab ihn mit der Granate geholt. Spielverderber, der Boss. Der ist letzter bei uns im Team Objective. Der Objective. Er schiebt schon Objective. Hab ich ihn gekillt, Alter, in den Lappen. Ich hab ihm Schäle gegeben. Da, nein. Der Gegner hat ihn nicht bekommen. Nein. Ich weiß nicht, wir mussten das Schädellager gerade. Oh Gott, man darf nicht so viele Schädel, das gibt's gar nicht. In der Mitte sagt er, es ist... Oh, das ist so viel Schädel. Oh, da sind Schädels. Meine, 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 meine. Ich geb ihm wieder. Jürgen, wie ich grad abgehe, Mann. Also ich bin natürlich übel schlecht, aber... Sie kommen alle, sie kommen alle. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ich renne einfach, ich renne einfach. Er kämmt, er kämmt. In der Stellung. Wieder fünf Schädel weggebracht, Mann. Ja, ich war auch kurz vor Schädel. Kurz vor Schädel bist du leider gestorben, Mann. Boah, das sind alle drei Orangen, glaub ich. Ich hab keine Chance. Ja, die campen halt hier und holen nur die Schädel, die sich abfarmen, die Missgeburten. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, fuck, Mann. Spring, 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 spring. Hä? Hast du auch schon erwähnt, dass wir hier Multiteam spielen? Ja, genau, wir spielen Multiteam. Das ist ein Modus. Ich hab zwar auch keine Schädel geholt, aber kann man auch am Ende irgendwie die Killstatistik sehen. Ja, meine. Da werd ich richtig abscheißen, aber spiel mal auf Schädeln ein bisschen hier. Lass mal einfach nur gewinnen. Digga, ich versuch es, aber die Schädel krieg... Ich weiß nicht, wo die Basis ist immer. Chabos wissen, wo die Basis spawnt, aber ich weiß es nicht. Weil ich ja Babo bin. Stimmt's, Empir? Digga, das würd ich so nicht unterstreichen. Alter, ich werd auch die ganze Zeit von der Seite immer gekillt und so. Stoppelter Abschuss, ich will ja nicht pushen. Ich bin so schlecht. Er holt da ein Schädel. Du bist ein Splitskinder. Wie ist immer der richtige Knecht beim letzten Mal spielen? Wisstest du es noch? Oh, ja, ja. Haha, wieder zwei Schädel vom Boss. Hat er irgendwie auch gerade zwei Schädel reingebracht oder was? Nein! Also, nein, aber das meinte ich nicht. Verstehe. Ich verstehe das nicht. Oh, hier liegen wieder zwei Schädel rum. Ich nehm sie alle ein. Ich schaff halt keine Schädel. Ich hol halt immer alles andere, aber keine Schädel. Hä? Er hat mich nie hergeschlagen. Oh Gott. Ich konzentriere mich nur auf Schädel einsammeln, ne? Ich bin hier Objective Player und so. Das ist wichtig auf jeden Fall. Ich hab schon drei Schädel geholt. Ja, bei dir läuft richtig. Sie herfen mir die Granaten rein, Alter. So. Krasser. Oh, mein Gott. Ey, das war so knapp. Ich war so schlecht, ne? Oh, ich bin so nicht eingespielt. Das merkt man richtig. Ja, du bist halt auch schlecht. Halt die Fresse, du Wichser. Ich bin ja sauernd am Halo-Spielen zum Beispiel. Deswegen kann ich es nicht verstehen, so ein Noob wie du zu sein. Ich meine, guck mal. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich meine, ich hol hier meine drei Schädel in der Runde und dann ist auch mal gut. Es reicht ja auch, drei Schädel in der Runde. Ja, das reicht dann auch. Was mach ich hier eigentlich? Ich bin hier irgendwo drunter, Alter. Ja, ich bin auch gerade so desorientiert, Mann. Ich hab so lange kein... Okay, bis auf halt letztens, als wir gezockt haben, ne? Davor hab ich so lange kein Halo gespielt. Was ist mit dem? Hat er mich nicht gez... LOL. Jungs, wie ich hier abgeh von den Kills, ja, ne? Ich will den Schädel haben. Ja, der hat keinen Schädel fallen lassen, oder so. Abgehen ist wahrscheinlich... Die meisten werden lachen, die Halo. Und naja, ich meine, natürlich, ich bin der beste Halo-Spieler, der es gibt, so. Er wüftet Granat hoch und springt dann hinterher. Der ist richtig schlau. Sag ich erst mal sieben Schädel abliefern, meine Freunde? Ich hab jetzt erst mal zwei Schädel abgeliefert. Wenn wir die... Ey, gewinnen wir die Runde jetzt wirklich, das wär zu lustig einfach. Ey, was? Ey, Junge, ich bin so schlecht. Es ist gerade richtig knapp, Alter. Das war letztes Mal auch richtig knapp. Wir dürfen nicht wieder in letzter Sekunde verlieren. Ey, ohne Scheiße, wir müssen uns jetzt richtig... Wir müssen jetzt einmal schwitzen in... Jungs, wir müssen uns jetzt... Wir müssen uns jetzt... Er hat mir einen Ninja gegeben hinter dir, MPO. Jungs, ihr müsst jetzt mit Schädel spielen. Ey, Ninja, nee. Wie heißt das? Wie ist das Ninja? Ich weiß es nicht. Hast gehört, Niklas? Was? Ich hab gesagt, ihr müsst jetzt mit Schädel spielen. Weißt du, ihr müsst so nachdenken beim Spielen. Krasse Metapher auf jeden Fall. Ah, er hat das Schwert und kämpft da oben rum, Alter. Richtiger Drecksack, ne? Richtiger Drecksack, so. Tja, moin. Er frisst Granaten, du Hundekopf. Du Hundekopf. So, hier mit der... Boah, wie hat Lenny die immer genannt, Alter? Die Halo-Spieler, zumindest Lenny hat da irgendwie so einen Namen für. Oh, nein! Ich will das Schwert. Er hat das Schwert, ich bin tot. Äh, irgendwie Gaze? Oh mein Gott, bin ich geflogen. Ich glaube, er hat sie sogar Gaze Station genannt. Okay, wir brauchen noch sechs Schädeln. Ähm, wir führen. Wie lange geht das Spiel denn? Das ist sieben Minuten, na? Okay. Es ist noch lange Zeit. Haha, wie ich ihn genutzt habe. Er hat mein Schädel geklaut, Mann! Das war ein easy Schädel. Ja, ich bekomme Schädel wie Gugliotinereimer, wollte ich nochmal sagen. Ja, ich fahr mir, ich campe einfach. Was? Er war das Schwert übrigens. Aber wo kann ich Schädel wegbringen? Okay. Er gibt mir einfach. Er gibt mir. Er ist auch über mir. Oh! Ich habe auch schon... Oh, fuck, ja. Okay. Empfindlichkeit over 9000, sag ich nur. Ja. Auf jeden Fall, die Serie geht einfach darum, dass wir ein bisschen live Halo nur... Also, also natürlich... Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich müsst ihr dafür bezahlen, dass ihr das sehen könnt. Dürft, müsst ihr dann zeigen. Hey, ich bin... Ich bin gestorben in so einen Ventilator oder so reingeflogen. Ach so, das war dieser... Oh, wie... Ich weiß... Ach, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Das ist auch unwichtig. Ampio, ganz ehrlich, hast du schon mal so hochklassiges Halo-Spielen gesehen? Also, ich habe es im Kino-Modus von mir ein bisschen was Besseres noch gesehen, aber so an sich nicht. Ja, das wollte ich ja eher... Ich hole drei Schädel nach Hause, der Boss. Ja, drei Schädel ist schon nicht... Insgesamt neun auch bei dir ist echt... Schon echt... Egal, elf Schädel, das läuft. Wir müssen das grüne Team jetzt ein bisschen natzen hier. Den einen oder anderen Schädel bekomme ich ja auch gerade beim Spielen. Na ja, das grüne Team sind auch so auf der Street meine Feinde. Mit denen kenne ich mich eigentlich aus. Nein! Na, ist das eigentlich eher das blaue Team? Nimm mal die Schrote, die da rumliegt. Na, eher so grün-blau beides. Also, bei uns sind die jetzt blau mittlerweile. Ja, bei uns haben wir hier Jack Wolfkin-Farno-Fütte machen. Ja, das ist scheiße dann. Oh, man. Fuck. Hey, komm, das ist so lächerlich. Womit hat er mich denn angehittet? Ich war nach einem Schuss schon Schilddown. Ja, manche haben hier so ganz komische Sachen auf. Ja, das sind die Waffen, die am Boden liegen. Oh, 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 drei Schäle, gib mir die. Ich bin so schlecht, Alter. Wie viel schluckst du? Wie viel schluckst du, mein Freund? Ja, Alter, das gibt's nicht. Boah, da liegen so viele Schädelblumen. Da liegen überall Schädel, Mann. Oh, scheiße, ich will das Ding gewinnen. Oh, noch fünfe und halb Minuten, okay. Ja, noch ist nichts entschieden hier. Der Hase kann auch laufen. Ja, okay, Mp. den hast du gut geholt, weil der hat richtig Schädel gelassen, Alter. Ja, ja, und der wird jetzt auch quasi als Ries. Was? Perfekt. Will ich noch ein Schädel? Dein egal, wie kann er das überlebt haben? Das gibt's nicht. Auch den Schädel holt der. Einfach an der Stellung ein bisschen campen, ich glaub, das bringt's. Ja, das ist ein Trick. Trick 17? Würde ich sagen, ja. Ja, auch Trick 18 schon mit inbegriffen. Er gibt mir die Schädel des Todes, ne? Close and aus der Hölle, Mann. Ich trink erst mal einen Schluck aus meiner Dose Monster Energy. Natürlich wieder beide auf mich, Alter. Er hat die Schädel, ne? Ist scheißegal, Hauptsache auf mich gehen. Pimmel, Alter. Boah, wie er geflogen ist. Irgendwie alle, ich hab ein Sponsoring von Monster Energy. Hab ich aber nicht mal. Hätte ich aber gerne. So, wo kann ich Schädel wegbringen? Nein, da unten kommt einer. Ich hab Angst vor ihm, Mann. Ich hab Angst vor allen Spielern. Ich hab sechs Schädel, ich hab sechs Schädel, Mann. Wo ist die Stellung? Ich hab zwei Schädel, da drüben ist einer. Da renne ich jetzt hin. Ah, das schaff ich gar nicht, ne? Ich hab neun Schädel, scheiße, Mann. Dann gib ich ab. Komm, komm, komm. Ah, fuck you. Wo ist die Stellung? Nein, schnell, schnell. Beweg dich. Nein, nein. Scheiße. Ich hab immer noch neun Schädel. Hier unten ist die Stellung. Spring doch, Marcel. Ich hab sie, ich hab sie. Okay, sehr gut. Jawohl. Au, wir teilen uns jetzt den ersten Platz. Alter, jetzt... Moment, wenn ich jetzt hier die drei Schädel noch abgebe, rein theoretisch. Ja, ich hab's nicht geschafft. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen! Jawohl! Ganz easy, meine Freunde. Ich will ja nicht pushen, aber 40 Schädel abgeliefert. Aber ich will meine Stats unbedingt sehen. Alter, fuck, Mann. Wir gewinnen erstmal richtig, Alter. Echt so, Alter? Ich bin so glücklich gerade, ne? Vor allem, ich dachte, es geht noch fünf Minuten, weil das da stand. Ja, das geht anscheinend auch bis zum 70 Schädel oder so. Ja, wir als Halo-Profis müssten es ja eigentlich wissen. Ja, du wusstest, dass wir das hier gehen. Ich bin so krank negativ gegangen, ne? Aber ultra krank. Ich hab, glaub ich, nur drei Kills oder so gemacht. Wo sind denn die Stats? Du musst selektieren und dann zweimal R1. Ich hab 12 zu 24, Alter. Ich bin jetzt zwölf gegangen. Ich finde es nicht. Select und dann zweimal R1. Du hast 15 zu 17, Marcel. Ich bin minus zwei gegangen. Es ist voll gut, Mann. Ey, das ist übel krass. MPU ist nur drei gegangen. MPU plus drei. 27, 24. Ja, da sieht man doch schon wieder, dass hier der beste Spieler... ...der Boss ist. Ganz einfach.